es gleich kommt zurück zu let's play Minecraft zusammen mit äh Tim und Lennart, genau so und was Lennart und Tim, aber egal du hast das mal alphabetisch gemacht und so früher nein, Lennart zu als letztes hä? nein A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S was? Hä, was lautet das? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P, Q, R, S, T ja, Lennart ist vor Tim Was sagst du eigentlich? Lennart ist auf jeden Fall vor Tim, egal wie ich's mache ich kann trotzdem erst Tim und dann Lennart sagen ich kann trotzdem erst Tim und dann Lennart sagen ich hab mein Leben ich hab mein Leben ich hab mein Leben äh Jürgen ich hab was Madeleine verstanden Madeleine 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 er kann immer Madeleine gebrauchen ich kenne Madeleine ok kennt ihr dieses Gebäck die geht auf eure Stücke los ich find die gar nicht so lecker find ich voll geil wie nachdem halt von was man ich wollt doch reingehen Alter wo in die Madeleine da nein ins Haus eigentlich ja 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 da 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 ich ob wie viele dies die hier noch und viel weiter wie jetzt ist ein immer krieg ist drei türen man kann die soehr aber diese auf sich stecken durch Wodum so noch mehr aber hätte ich glaube ich jetzt auf 460er stecken der hat aufzuschießen da muss ich alles einsauchen mein Arsch ist er aufzuschießen zu liefern ich darf kein Ritualien das war voll teuer um alle lachen alle lachen er darf er der Rennen ich habe gerade kein Essen, Alter, ich steck mich hier die ganze Zeit mit einer Diamant-Axt. Toll, hast du jetzt noch ein Feld? Ja, du hast mir 6 Herzen abgezogen. Hat nicht David mal eine Entscheidung? Ah, Julia, dann kriegst du dich nicht. Hat der David nicht mal so eine Wikine-Axt oder so, wo er irgendwie Schaden drauf gemacht hat oder so? Nein. Keine Ahnung, da habe ich eure Let's Plays nur gesehen und da hat er immer mit seiner Axt geschlagen. Bist du dumm, mein Zeug ist verbrannt! Kann ich ja nichts für, ich wusste doch nicht, wie viel Leben du hast. Warum hast du mich getötet? Du hast mich mehr als zweimal mit einem Diamantschwert geschlagen. Du hast mich viermal mit einer Diamant-Axt geschlagen, das ist so gut wie ein Eisenschwert. Ja, aber in Abständen. Ich weiß doch nicht, wie viel Leben du hast. Was? Ich hatte volles Leben. Außerdem habe ich mehr als gesagt, du sollst aufhören zu schießen, aber du machst es halt nicht. Ja, ich wollte dich anzünden. Ja, lass es doch einfach. Was? Ich habe mich gebrannt. Ich hab' gebrannt. Ich hab' gebrannt. Oh Mann, schade. Außerdem weiß ich ganz genau, dass ich dich töte, wenn du immer so was machst. Was hast du denn da? Was hast du denn da? Warte. Oh Julian. Was? Ich hab' jetzt die 32 und das macht mich sauer. 32 was? Ich will nicht mehr als 35 Tode in diesem Let's Play haben. Bist du behindert? Das schaffst du nicht. Weil unendlich folgen auf keinen Fall. Okay. Ey, lass mal einen Krieg machen. Also nicht wir beide untereinander. Lass mal gegen Tim jetzt machen, ne? Nein, Tim hat's nicht verdient, aber David hat's verdient. Ja, ich weiß. David hat's verdient. Tim liftet erstmal. Nein, gegen dich wollen wir keine Krieg machen. Ich weiß. Das war auch nur mit Spaß. Alert. Gib mir Essen. Ja, ich geb dir Essen. Ich wollte grad mein Feuerzeug essen. Ja. Das geht natürlich. Warum hab' ich eigentlich nie ne Axt mit? Doch, ich schaff's diese Folge, dass es fällt zu machen, oder? Ja, doch. Mit zwei Folgen langer Arbeit noch zehn Minuten schaff ich locker. Ist das bei euch auch so, dass ihr Blöcke abbaut? Und die dann immer noch da sind? Und dann irgendwann erst wegdrauben? Ja, aber bei mir ist das doch... Keine Ahnung. Nicht wirklich lange. Bei mir ist das gerade immer. Ja, bei mir ist das auch immer, aber das ist doch... Keine Ahnung. Na... Viertelsekunde weg. Das ist nicht so, dass die lange bleiben. Ganz viel Weizenkörner. Und Lash sagt mir nichts. Ganz ganz viele Weizenkörner. Und dann werden wir nicht mal wieder essen. Das hatten wir nämlich lang mehr nicht mehr. Und ich kann ganz viele Weizenkörner dann ins Lager bringen, damit wir wieder... mehr an Hühnervermeeren können oder sowas. Und zwar im Wildschirm eigentlich keinen Hühnervermeerberuf, weil dann... Also keinen Beruf für Tierzucht, weißt du? Wenn Hühnerver... äh, keine Verkaufung hat. Das wäre richtig cool. Die tolle Musik. Oh mein Gott, ich bin so gut wie fertig mit dem Feld. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich habe das Feld nun vollständig gepflanzt. So. Jetzt muss ich nur alles, was hier in der Scheißkiste rüberbringen. Gut, dann sortiere ich das mal kurz. So, so. Jetzt kommt dann da hin und möchte ich die Schaufel wegbringen. So, so. Und dann so und so. Wieder irgendwas, was da hin muss? Nope. Gut. Dann machen wir jetzt mal das Inventar. Erstmal voller Weizen, würde ich sagen. Weizen, 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 Weizen. Und den Rest mache ich dann mit dem und dem. Dann kann ich noch einen Steckkörner nehmen. Ne? Das hat sich gereimt. Nee. Ich glaube, ich hole gleich mal so eine Hake und dann mache ich das Ganze mal. Umhack. Aber ja, ja, Lennart! Deswegen gesagt ich die ganze Zeit nichts. Hallo. Ich sage mal, was ich kriegen jetzt noch. Hey, warum ist ich für einen Block weg? Alter, was soll das? Will ich mich töten oder was? Nee. Gut. Wie viel Leben hast du? Äh, das ist mir, glaube ich, vierzehn, mehr abgezogen oder so. Du hast... Wann hast du denn ein Holzprojekt gebaut? Warte, wie viel macht das? Ich glaube, es war jetzt zwei Herzen, ich weiß aber nicht genau. Zweieinhalb, irgend sowas. So. Äh. Dann Weizenkörner, genau. Das war das. Ach nee, muss es regnen. In echt? Die hole ich muss das? Oder in Minecraft. In Minecraft. Hgmode. 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 Hgmode! Ah! Hgmode! Ich bin jetzt gerade wie Stephen Hawking. Wir haben wieder ein bisschen Weizen! Yay! Und jetzt nicht weiterhauen und hole noch mehr Zeug. Aber ich hab gern gedacht. wunderschöne arbeit ich wollte ach ich wollte die hacke holen genau die verbrannt erinnerst du dich nicht stimmt ja der 2d ist verbrannt er der kleine pisser das älter ist du wahrscheinlich auch größer die die tippe ich fand jetzt hier das alles an hier nochmals 2 ich kriege jetzt sogar Ländersfeld das komplett abgeerntet oder nur eine Hälfte ich repariere jetzt das hier sogar mach mal ein paar Worte ja was? so sollen wir jetzt äh dieses wer bin ich spielen ja können wir nach der Aufnahme machen oh nein doch ja dann halt nicht ne jetzt nicht doch warum nicht weil ich möchte wieso keine Ahnung weiß nicht ich möchte schon nicht Julian dann sie das einfach als Vergewaltigung ok dann mach ich nicht Spaß du hast keine andere Wahl wir sind zu zweit glaub ich ne andere Wache du hast jetzt ihr könnt ja zu zweit spielen ja und du du bist du ok wir schreiben den dann als MSG dem das genau mach das ja das ist doch das war lustiger finde ich ich kenn nicht ich weiß nicht wen Tim alles kennt doch das ist lustig doch das brav stimmt die Zuschauer können dann so mitfiebern genau ach ich kann mich weiter ausgeschwägt nee weil das zu zweit ist das scheiße nein zu zweit ist doch auch voll gut das war langweilig älter nein ich hätte mir es auch zu zweit machen können wir haben doch jetzt auch zu zweit gespielt ja aber ich weiß nicht, wir den Tim alles kennen uns also ich finde es auch gut zu zweit Hallo Creeper in unserer Wohnung wie geht's dir? Geh jetzt bitte nicht in den Keller, ich schieß dich ab so ich habe das Väter barriert, du musst alles zurückkriegen so ich habe das Väter barriert, du musst alles zurückkriegen ich kann mal die ganze Scheiß Erde wegkriegen die ganze Samen wie viel zieht es noch das sagt er dann auch immer, wenn er sich einen runterholt die ganzen Samen aber Tim, du guckst gleich nicht wieder im Internet nach wo sind eigentlich meine ganzen türkisen Teppich? die sind alle weg der David ist verschlamm wenn er so ist, dann ist er so der hat er schon am Strand hingestellt die Bade latschen baut mal hier den Peer zu Ende ich ich habe David gesagt, er soll das machen und er hat gesagt, nee, Tim möchte das machen das ist ja mein Projekt mach das mal voll eure Scheiß-Wähler da zu Ende baut ich mache das halt so okay, das mache ich als nächstes Projekt also, nächste Aufnahme mache ich das diese Aufnahme möchte ich auf jeden Fall noch den Garten fertig kriegen okay, dann machst du aber, dann schreibst du dir vor dir ein Schild hin, wo du draufschreibst damit du eine Erinnerung daran hast ne? ich habe hier jetzt auch schon, also auf dem Zettel stehen, was ich heute in dieser Aufnahme machen möchte echt schreibt er euch das auf? ich denke nicht, ich mache nur höchstens bei mir steht bei mir steht Schaufeln, Schaden, Garten und Schneefahren ich mache das höchstens so, dass, äh ich, äh wenn ich mich ausloge, bevor ich mich ausloge in der Ein-Aufnahme schreibe ich mein Schild dahin äh, wenn ich zum Beispiel irgendwas, zum Beispiel, haben wir ein Schild gemacht, äh wer jetzt mit dem Ding sein könnte da, ne? wenn ich sowas nicht vergesse, weisse? aber ich schreibe jetzt nicht auf dem Zettel los ich schreibe es höchstens zu In-Game irgendwo hin wenn ich nicht vergesse so jetzt benutze ich ganz viel Kohle, um die scheiß Kartoffeln zu brennen so ja so coole haben wir denn noch? ah, wir haben ja noch ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 so, und dann noch eine so dann ganz viele Kartoffeln brennen so 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 weißt du was Kartoffeln auf, äh, russisch heißt? ja katoška 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 agara katoška 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 st nein mein bogen ist verbrannt wir sagen das was wir verfolgen jetzt bei minecraft zusammen damit Prozent er hat er sich gefallen hat das ist eine Botswerte damit hier nirgendwo dieser Komplett schüttelst für uns